jetzt wollen wir die dateien auch mal kopieren und sortieren ich öffne hier nochmal unseren ordner mit den katzen wunderbar ihr seht hier da ist der katzenordner und hier sind meine dateien drin damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt ändere ich mal die ansicht hier in etwas größere symbole so jetzt haben wir hier videos bilder texte wir haben lustige sachen und wir haben nicht so ein bisschen weniger lustige sachen einfach interessante sachen oder gut sortieren wird das ein bisschen weil wenn ich noch mehr katzen sachen speichere dann wird dieser ordner irgendwann so voll dass ich in dem kaum noch sachen finde ich würde sagen ich sortiere jetzt mal nach lustige bilder bzw lustige videos lustige audios und ich sortiere nach interessant also ich öffne einen neuen ordner oder es ging zu schnell noch mal für alle rechtsklick neu ordner am besten drückt jetzt mal kurz pause und probiert das bei euch aus gut jetzt müssen wir diesen ordner auch noch benennen da steht jetzt einfach neuer ordner so soll der ordner nicht heißen wieder rechtsklick und um benennen ist das zweitunterste meistens und jetzt tippen wir schnell ein wieder ordner heißen soll lustige katzen zum beispiel ihr dürft natürlich einen eigenen namen wählen das ist jetzt nur eine übung da dürft ihr wirklich selber entscheiden so und wie können wir jetzt katzen oder besser gesagt dateien sortieren nehmen wir mal dieses bild ist ein bisschen bisschen lustig oder ich nehme das bild und sie es hier rein achtung hier steht jetzt nach lustige katzen verschieben es könnte auch da stehen eine verknüpfung erstellen oder es könnte da stehen kopieren wir wollen verschieben also passt gerade gut wenn ihr etwas anderes wollt könnt ihr anstatt mit der linken maustaste mit der rechten maustaste verschieben und dann kommt ein kontextmenü und ihr könnt auswählen aber da wird verschieben wollen lenke maustaste datei nehmen und darüber hinein verschieben einfach wieder die taste loslassen dann verschwindet das da rein gut es gibt noch andere wege zu kopieren ein weg ist zum beispiel nehmen wir mal diese lustigen zunge rausstreckenden katzen die sind definitiv lustig ich mache ein rechtsklick nehme kopieren ziemlich weit unten klicke doppelt auf den ordner wo ich haben will jetzt bin ich in dem ordner wo wo alles rein soll oder zumindest dieser datei wieder ein rechtsklick und klicke auf einfügen wenn ihr wieder ein ordner zurück wollt habt ihr zwei wege entweder der pfeil zurück dann kommt ihr in den ordner zurück wo ihr vorher wart oder der pfeil nach oben dann kommt ihr einfach in den ordner der übergeordnet ist also der ordner wo euer ordner drin war lustige katzen ist im katzen ordner wenn ich den pfeil hoch klicke dann komme ich aus lustige katzen wieder zurück in den katzen ordner man sagt dem auch ein unterordner lustige katzen ist ein unterordner von katzen gut ihr wisst jetzt wir sachen kopiert oder verschiebt bitte kopiert doch mal und verschiebt alle dateien die lustig sind in lustige katzen so wir haben hier jetzt einmal die katze mit der brille dann haben wir hier schöne musik und dann haben wir noch das lustige katzen video und die zunge raus stricken den katzen das sind alles definitiv die lustigen sachen ich gehe wieder zurück in den katzen ordner wir können natürlich auch hier im ordnerpfad einfach den ordner anwählen wo wir hinwollen und wir legen noch mal schnell einen neuen ordner an nämlich den ordner interessantes in diesem ordner kommen jetzt natürlich all die wichtigen fakten und recherchen die wir hatten zum beispiel dieser sehr interessante beitrag was katzen sind wo katzen herkommen und so weiter nehmen wir schieben es da rein ich glaube ihr wisst schon was ihr da jetzt alles rein schieben könnt legt mal los drückt pause und macht das alles klar wir haben die katzen sortiert würde ich sagen jetzt haben wir vielleicht im lustige katzen ordner noch ein bild das ist zwar auch lustig aber vielleicht auch interessant das wollen wir sozusagen in beiden ordnern abspeichern oder zumindest so dass wir es in beiden ordnern sehen wenn wir es jetzt in beiden ordnern abspeichern dann kopieren wir die datei der unterschied ist eine kopierte datei die gibt es nachher zweimal soll heißen aus 1 macht 2 ich kann diese datei hier zum beispiel kopieren und wieder einfügen und dann sehen wir zwei dateien die brillenkatze und die brillenkatze aber hier steht noch kopie diese brillenkatze könnten wir jetzt zum beispiel noch etwas rein zeichnen so ihr seht jetzt habe ich hier ein wenig was verändert und das wird in der brillenkatze kopie datei abgespeichert aber eben nicht in der brillenkatzen datei die die wir zuerst hatten eine kopie ist also quasi ich mache eine neue datei die aber genau dasselbe drin hat erstmal und wenn ich das verändere wird mein original das was ich ursprünglich habe nicht mit verändert wenn ich jetzt keine zweite neue datei haben will dann kann ich auch verknüpfen das mache ich jetzt mal ich erstelle eine verknüpfung das lustige an der verknüpfung ist das ist eigentlich keine datei wie wir sie jetzt kennen wo ein bild drin ist sondern in einer verknüpfung da ist wirklich nur ein link quasi drin auf die eigentliche datei und ihr seht das auch in der größe die ist super klein die verknüpfung da steht nämlich wirklich nur drin wo ist eigentlich die datei jetzt nehme ich mal diese verknüpfung ich mache das mit ausschneiden weil ich will dass die nicht mehr hier im lustig katzen ordner ist sondern die soll jetzt unter interessantes sein einfügen und diese verknüpfung ja die geht im prinzip die geht nicht nur im prinzip sondern ganz klar hier auf dem brillen kassen katzen ordner ich mal wieder die großen da ist die lustige brillen katze hier ist die brillen katze die ist nur ein bisschen lustig deswegen ist sie auch im interessantes ordner weil diese katze sieht sehr interessiert aus oder sollte ich jetzt zum beispiel in diesem bild hingehen und auch eine kleine bearbeitung machen wie zum beispiel einen kleinen farbfilter ich will dass die schwarz weiß ist wunderbar dann kann ich das abspeichern und jetzt kann ich auch unter interessantes wo ich meine verknüpfung auf die brillen katze habe und ich öffne das und ihr seht das ist schwarz weiß das heißt ich habe meine original datei verändert und dadurch hat sich jetzt auch hier diese brillen katze verändert wir können jetzt dateien in ordner verschieben oder kopieren eine kopie erinnert euch ist eine neue datei mit dem gleichen inhalt wenn ihr immer alles kopiert werdet ihr einfach sehr sehr viele dateien neu machen die aber immer dasselbe drin haben wenn ihr nur sortieren wollt müsst ihr verschieben so zum beispiel haben wir die zunge raus katzen haben wir hier und wir haben sie hier das sind zwei dateien das seht ihr zum beispiel da wenn ich diese datei hier lösche achtung beim löschen sind die dateien nachher weg löschen könnt ihr übrigens rechtsklick löschen und hier diese datei die kopie von vorhin die wird nicht weggelöscht übt jetzt bitte noch einmal das kopieren verschieben das machen von ordnern und unterordnern und danach schaut euch bitte das video an was noch mal die baum struktur von dateien erklärt